Hi Leute, ich bin's, der Protoist. Heute vom EU-Server zum Erledigen seiner Daily Quests, gewinne sieben Spiele in einem beliebigen Modus. Ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, ich habe schon fünf gewonnen, habe gedacht, also zwei Stück könnte ich ja noch aufnehmen. Ich werde mein Murloc Hunter Deck nehmen, also hier, wir haben so lustige Karten wie den Murloc Zeiten Rufer, der halt immer einen Angriff dazu bekommt, wenn Murloc aufs Deck gelegt wird. Da haben wir den Blaukiemen Krieger, wir haben den Murloc Zeiten Jäger, funktioniert wunderbar mit dem Messer-Jungler, äh, beziehungsweise bekannte Jäger-Elemente wie die Schlangenfalle auch unheimlich gut in Verbindung mit dem Messer-Jungler, und eigentlich eine Schlüsselkarte für Murloc Deck ist der Murloc Anführer, der halt der ganzen Sache die gewisse Würze gibt. Ähm, ja, ich gucke einfach mal wie es läuft, ich spiele im ungewerteten Modus, viel Spaß beim Zug. So, gegen den lieben Uter, also ich würde sagen, ich behalte das mal, man weiß da nie, was kommt. Er hat den Coin und haut jetzt raus. Das ist natürlich ein Haus. Das war's. Das war's. Das war's. Runter! Sacknase. Hätte ich eigentlich wissen, da wäre Leuchtfeuer perfekt gewesen. Leg diesen Apfel auf euren Kopf! Zunge, alles easy, pin-l-easy. Jetzt nehme ich erstmal dat. Ich jage allein! Ja, ich jage allein! Ich hab hier Kaarten auf der Hand. Boah. Üble Geschichte, üble Geschichte, ach der mit seiner Geheimnisscheiß Krämerei, hundertprozentig Ist das der Rächer? Aaaaaaah, was weiß ich Also sobald der zwei Diener auf dem Board hat und ich töte einen von beiden bekommt der andere drei Angriff und zwei leben dazu Schön download Ey, was für eine Dreckskarte, wer hat sie... Jaaa Jaaa Erntekodem finde ich gut Aber auch Ich bin von meiner Seite Ich bin von meiner Seite Ah, shit Ach der Hichte Silberchamp, finde ich das ja nett Das... ist ja nett Boah, was? Hm, ja genau. Hm. 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 Ich will den Wächter der Könige spielen und sich um 6 Punkte hochhalten. Ähm, ja, what to do? Ich gehe den raus. Ich gehe komplett auf Schaden. Hm. Tch. Super. 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 Tja. Auch nice. Er wird wenn überhaupt mit dem echt Silber-Champion hier mein... Oh, was? Tja. Das... ist... nice. Was? Aber egal. Ach, du Scheiße. Da habe ich ja jetzt überhaupt gar nicht dran gedacht. Das war gut gespielt. Von Herrn Autofall. Was hat er denn jetzt? 6, 7, 8 Schaden. 3, 10. Okay. Es muss ja irgendwas Großes kommen. Oh. Bringt eure Toten. Melde mich zum Dienst. Tja. Was wirst du tun? Tja. Glück gehabt, würde ich sagen. Tja. Noch mal gut aus, hat Ferre gezogen. Hoffentlich kein... Ich behalte hier... ...wie da ein Handlog ist. Man weiß es nicht, man wird es jetzt erfahren. Tja, da ist jetzt die Frage. Schlangenfalle, die Münze aufheben, Schlangenfalle, das geht. Wir müssen den Sonnenbrunnen, Leute. Das ist nice. Dann mache ich das so, bringe das einmal locker zum Schweigen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich denke, er wird mich austraden. Ich sehe das gar nicht ein. Ich muss mehr Fischköpfe. Müsste ich auf der Hand haben. Jetzt so lange, ja gut, wir sind im Early-Game-Bereich. Das Junge ist schon fast mit der Range. Eieiei. Eieieiei. Gute Geschichte eigentlich. Ähm. Tja. Doom ist jetzt halt, dass er mir alles, denke ich mal, weggetradet. Deswegen, ich hebe meine Artgenossen hier mal auf. Ich hebe meine Artgenossen hier. Wie, kein Geheimnis mehr. Eieiei. Eieieiei. Eieieiei. Ich weiß nicht, was du spielst. Wer wagt es mich zu beswören? Gute Geschichte eigentlich. Gute Geschichte. Ähm. Da ist eigentlich das, was ich brauche. Das war's. Da geht bestimmt nur ein Sehnenfeuer. Oh. Das war ein Fehler, mein Freund. So groß war's Fehler. Zehn, vier, zehn. Er macht acht. Ja, und da sieht man das Merlock-Deck. Zehn. Hm. Ja. Könnt ihr da noch irgendetwas rausholen? Wir müssen den Sonnenbrunnen weiter. Gut gekämpft, aber ihr seht, wo das Merlock-Deck wird. Läuft echt hammer. Vielleicht habt ihr ja mal Bock, da nachzubauen. Ähm. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch mit den beiden Spielchen gut unterhalten. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Äh. Ja. Bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Protoist. Ciao. Uuuhh-ohh-ohh euhh-ohh. Vielen Dank.